Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute stellen wir euch Explorers vor. Explorers ist ein Spiel vom Autor Phil Walker-Harding mit Illustrationen von Sabrina Miramont. Es ist für ein bis vier Spiele ab acht Jahren, dauert ca. 30 Minuten und ist bei Ravensburger erschienen. Bei Explorers gibt es eine Landschaft und verschiedene Wertungen. Bei der Landschaft werden vier aus acht Plättchen in beliebiger Ausrichtung in den eigenen Rahmen gelegt. Die Wertungsplättchen haben jeweils zwei Seiten. Jeder Spieler erhält denselben zufälligen Mix. Explorers verläuft über vier Runden mit jeweils sieben Zügen, in denen die Spieler reihum abwechselnd aktiver Spieler sind. Der aktive Spieler zieht eine Erkundungskarte, die zwei Landschaften zeigt. Er wählt eine davon aus und markiert auf seiner Karte drei passende Landschaftsquadrate mit Kreuzen. Dabei muss jedes Kreuz orthogonal neben ein bereits gesetztes platziert werden. Die Mitspieler können bei der anderen Landschaft drei Kreuze setzen oder bei der vom aktiven Spieler gewählten nur zwei. Die Nahrungsmittel Apfel, Möhre und Fisch dürfen nur angekreuzt werden, wenn man diese auf dem entsprechenden Wertungsplättchen ebenfalls noch abkreuzen kann. Dies kann bei einer Variante zum Beispiel nur ein Kreuz pro Runde pro Nahrungssorte sein. Dörfer dürfen nie angekreuzt werden und Tempel können nur angekreuzt werden, wenn man bereits vorher Felder mit Schlüsseln abgekreuzt hat. Wer zuerst ein Tempel erreicht, bekommt die meisten Punkte dafür. Sobald der Stapel der Erkundungsplättchen aufgebraucht ist, endet diese Runde. Es gibt Punkte für Nahrung und Edelsteine. Der nächste Spieler startet eine neue Runde mit frisch gemischten Erkundungsplättchen. Nach der vierten Runde endet das Spiel mit einer Schlusswertung für Dörfer. Wer dann die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt. Explorers, finde ich, bringen alles mit, was ein gutes Flip-and-Ride ausmacht. Wir haben viel Abwechslung, also der Plan sieht immer anders aus. Die Ziele, für die es Punkte gibt, die haben alle noch eine Rückseite und man kann das variieren, welche man haben will. Und wenn man noch mehr Ziele haben will, kann man einfach von den übrig gebliebenen Plättchen drei nehmen und davon die Rückseite aufdecken. Und auf jedem dieser acht Plättchen ist nochmal ein weiteres Ziel, ein weiteres Punktebringer auf der Rückseite. Und die kann man dann ein bis drei Stück einfach noch mit ins Spiel nehmen. Und so hat es viel Abwechslung. Wir haben so ein bisschen Rennen hier bei diesen Tempeln. Wir haben auch Sachen, wo man sich einfach für sich alleine drauf konzentrieren kann. Und dieser Moment des Aufdeckens, der ist auch immer sehr spannend, wenn man so mitfiebert, oh, ich kann das eine ganz gut gebrauchen. Hoffentlich nimmt der, der gerade aktiver spiele, als das andere, damit ich drei Kreuze machen kann. Und wenn der andere dann doch das nimmt, was man gut gebrauchen kann, muss man eben sich entscheiden, ja, nehme ich das Gleiche, dann darf ich aber nur ein Kreuz weniger setzen. Oder nehme ich doch das andere, damit ich meine drei Kreuze setzen kann. Und auch ganz schön sind zum Beispiel diese Schriftrollen, wo man einmal, statt das zu nehmen, vier Kreuze von irgendeiner Sorte machen darf. Das hilft einem auch enorm. Und so arbeitet man sich immer so voran im Spiel und freut sich dann, wenn man hier oben was abkreuzen darf, wenn man da was geschafft hat. Und das fügt sich, finde ich, sehr schön zusammen. Kommt für mich aber nicht an die Eleganz von jetzt zum Beispiel dem Kartografen oder ganz schön clever ran. Weil es einfach so, ja, es ist so ein bisschen so, es fließt so vor sich hin. Und zum Beispiel beim Kartografen haben wir mal diese Wertungen. Und die sind sehr spannend gemacht und sehr gut gemacht, finde ich. Und hier haben wir zwar auch die Wertungen, aber das ist irgendwie weniger aufregend wie beim Kartografen. Und bei ganz schön clever haben wir diese Kettenreaktion. Die haben wir hier nur ganz, ganz mäßig. Wenn wir zum Beispiel hier so ein Pferd abkreuzen, dann dürfen wir ein Kreuz irgendwo machen. Und deswegen ist es so ein bisschen so, jeder bastelt so vor sich hin, macht es möglichst gut. Und am Ende, die Partien sind eigentlich relativ knapp immer. Weil der eine hat sich vielleicht eher auf Edelsteine konzentriert, der andere hier auf diese Dörfer. Und der dritte ist auf Tempel gegangen. Der vierte hat einen Mix gemacht. Und sie sind von den Punktzahlen eben so ausbalanciert, dass alles auch ungefähr gleichwertig ist. Weil man ja immer auch ein bisschen von den anderen mitmacht. Also man hat nie nur von einer Sorte irgendwas. Und ja, am Ende ist es dann schon immer knapp. Aber es, ja, ein bisschen plätschert so vor sich hin, finde ich, im Laufe der Partie. Also es gibt jetzt keinen Spannungsbogen. Und das ist vielleicht so der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Weil ansonsten ist es wirklich rund und schön gemacht. Und ich finde wirklich das Material toll. Weil alles kann man beschreiben mit diesen Stiften. Und es lässt sich sehr gut wegwischen. Also hier wurde alles richtig gemacht. Vom Material, dass man das da reinpuzzelt. Von der Varianz und so weiter. Nur vom Spiel an sich. Es ist mir so ein bisschen zu gleichförmig. Aber ich habe durchaus viele Partien damit Spaß. Also so ist es nicht. Also man kann jetzt nicht sagen, es spielt sich aus. Aber ich hätte mir noch so ein paar Höhepunkte innerhalb des Spiels gewünscht, auf die man so ein bisschen hinfiebert. Aber das ist vielleicht auch nur mein persönlicher Geschmack. Weil ich kann dem Spiel nicht anlasten, dass es nicht funktioniert. Oder dass es irgendwie langweilig ist. Weil das ist es nicht. Aber ja, halt so ein kleiner Spannungsbogen hätte dem Spiel in meinen Augen noch ganz gut getan. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.